Wo ist das Geld, Johnny? Was für Geld? Und wer ist Johnny? Ich will nur zu meiner Abiturfeuer gehen. Ja, ja, verarschen kann ich mich alleine. Du siehst viel zu dumm aus, um abiturierend zu sein. Das ist deine letzte Chance. Wo ist das Geld? Was? Naja, weißt du was? Ich rufe jetzt einfach Gay Larry an. Der wird das Geheimnis schon aus dir rauspügeln. Ich weiß, das ist ein ungünstiger Zeitpunkt, aber ich müsste mal aufs Klo. Ja, los, gebe Johnny aufs Klo. Du weißt doch, Gay Larry mag keine Scheiße am Stock. Hier, Wald. Sehen wir noch da drauf? Der ist noch nicht wieder rausgekommen. Aufmachen! Finde ihn! So, ich bin die pancakes. Was ist das? Und dann? Scheiße! 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 Was ist das denn hier? Scheiße! Scheiße! Was ist das? Untertitelung des ZDF, 2020